Ich bin da erkennbar als Pfarrer, das wollte ich auch gerne so. Das ist kein Dienstaccount, das ist richtig, ich mache das privat. Ähnlich wie ein Arzt zum Beispiel, wenn der im Flüchtlingsheim jetzt mithilft oder beim Roten Kreuz, ist der auch privat und bringt sich trotzdem als Arzt ein mit seinen Kenntnissen. Also so in etwa vergleiche ich das so ein bisschen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. 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 Ich bin da, ich bin da.